Ja, ich möchte auch den Begriff des Kontakts ein bisschen mit einführen. Also sozusagen, man sagt auch viel im Coaching und in der Therapie sagen sie das auch so, also diesen im Kontakt mit jemandem sein. Und das bedeutet üblicherweise, dass du dich einfach komplett auf wen konzentrieren kannst, dass du deine Aufmerksamkeit auf dein Gegenüber richtest, dass du sozusagen spürst, was da dazwischen passiert. Und all das ist natürlich nichts, was zwischen Tür und Angel passiert. Stichwort 101 Gespräche wäre so ein Punkt. Und wenn du in diesem Kontakt bist, dann bietet das sozusagen diesen Raum, möchte ich eigentlich sagen, für diese Reflexion, die du jetzt gerade angesprochen hast. Ja, weil natürlich kann man sich nur öffnen und wenn man entsprechendes Vertrauen hat dem Gegenüber, dass das, was man da teilt, dass das entsprechend erstens aufgenommen wird, zweitens nicht gegen einen verwendet wird. Also da braucht es, man kann nicht einfach reinplatzen und sagen, so lassen Sie mal über alles reflektieren, was so in den letzten Wochen passiert ist, weil ich habe gesehen, es läuft nicht so gut. Weil wenn es nicht so gut läuft, dann ist ja das genau der Punkt, man hat da irgendwo ein Issue und oft ist es im Vertrauen behaftet. Das heißt, oft sagt man, du musst ja schon vorher an dieser Beziehung arbeiten, um dann im Fall von Konflikten bereit zu sein, diese Beziehung zu belasten und auf diese Belastungsprobe hin sozusagen zu testen, ist das gut genug, kann das diesen Konflikt aushalten und tragen. Und das ist, glaube ich, so die Grundvoraussetzung für die von dir angesprochene Reflexion. Vielen Dank.